Ah, the Foundations! Colin Young, meine Damen und Herren! Foundations, eine neue Gruppe! Riesig, manometer! Nun, ich weiß nicht, ob man von Schuld sprechen kann bei internationalen Schlagern, aber eigentlich schilden sie uns noch einen Titel, und zwar ihr gegenwärtiger Hit, Build Me A Buttercup. Das kommt gleich! Danach, beziehungsweise davor, auch davor, das heißt also jetzt, ist eigentlich eine Ehre für mich, meine Damen und Herren, Ihnen jetzt eine echte Star vorzustellen, den Sie unter Umständen gar nicht einmal kennen. Ja, sie kommt zu uns aus Ungarn, unter ziemlich großer Schwierigkeit mit dem Visum, hat es bei nicht mehr geklappt, aber Gott sei Dank ist sie da. Sie ist noch kein Team, singt erst seit drei Jahren, seit zwei Jahren, bereits in ihren Heimat, ein Riesenstar. 16 Platten, inzwischen englische Fernsehen, demnächst auch wichtigste Fernsehsendung in den Vereinigten Staaten. Es sieht also aus, als ob sie demnächst eine riesen internationale Karriere haben wird. Sie heißt Sarolta und wird für uns zwei Titel heute Abend vortragen. Zuerst ihre erste englische Platte, Open Your Hands, und nachdem die Foundations wieder da waren mit ihrem gegenwärtigen Hit, dann etwas sehr Schönes in ihrer Muttersprache. Es heißt Hordar, der Gepäckträger. Sehr interessante Geschichte von einem jungen Mädchen, Liebesgeschichte ist daneben gegangen. Sie geht zu einem Gepäckträger und bittet ihn darum, ihre Sorgen wegzutragen. Meine Damen und Herren, mit größtem Ehre präsentiert jetzt Beat 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 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen Sarolta. Herzlichen Dank. Amen.